Yo, yo, ihr verrückten Biester. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr euch den letzten Teil unseres Pixel-Beaster-Spawns angucken. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ja, heute war's ein bisschen kürzer, aber schaut auf jeden Fall mal auf unserem Server vorbei. Der sollte jetzt auch erreichbar sein und auch gut laufen. Also, wir freuen uns auf euch. Bis dann, haut rein und Cheerio! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.